Also Leute, mein Name ist Danny Justin. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Roblox. Und wir spielen The Deep Dark. Also quasi dieses Monster hier. Keine Ahnung, was es sein soll, aber es ist ein Roblox-Spiel. Es gibt zwei Chapter hier beim Spiel. Achtung, dieses Spiel hat laute Geräusche und ganz viel flackernde Lichter und Jumpscares. Dieses Spiel ist immer noch im Bau. Das heißt, mehr Ebenen werden noch kaum zum Spiel. Schaut auf, du und kannst abonnieren, dass es dann jetzt kostet. Hier kommt die Videos hoch, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und sagen wir, wenn dieses Video mindestens 2000 Likes bekommt, kommt das nächste Video hoch. Falls du das nächste Mal Roblox einkaufen solltest, kannst du meinen Creator Code Danny eingeben. Dadurch bekomme ich 5% des Kaufs ab. Also danke für deine Unterstützung und viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, wie geil sieht das bitte aus? Okay, äh, play. Okay, let's go. Wir gehen einfach rein. What the frick? Ich kann mir gar nichts vorstellen. Willkommen zum Deep Dark. Abonnier, bla bla bla. Okay, genieße das Spiel. Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Warte mal kurz, wir müssen... Äh, wo lange soll ich gehen? Ach, da rein vielleicht? Bro, es ist nämlich ein Spiel Bigfoot, was wir mal vor ein paar Jahren gespielt haben. Okay, aber wie starte ich jetzt genau das Spiel? Hier ist ein Auto auf jeden Fall. Oh, hier sind Fußschritte. Die habe ich gar nicht gesehen. Wohin führen die denn? Bro, die sind neu. Die waren davor, aber nicht hier. Das ist ein normaler menschlicher Fußschritt, okay. Warte kurz, mein Auge juckt. Geh hier nicht rein, okay. Das ist genau das, was ich nicht tun werde. Ich werde auf jeden Fall reingehen. Da steht fest, Alter, ohne Licht ist alles schwarz. Eine Höhle. Bro, ich weiß nicht, ob ich da reingehen will, aber wir tun es einfach meinetwegen. Und, ähm, oh, okay. Floor 1. Was zum Teufel? Ich hab... Du hast Hunger und Ausdauer. Ich kann sprinten. Oh, ja, eine Larve. Wozu? Hab ich sie gegessen? Oh mein Gott, ich kann ja voll schnell sprinten. Okay, wo dann soll ich? Sieht nach einem Labyrinth aus irgendwie. Oh mein Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hätte nicht sprinten sollen. Das war ziemlich dumm von mir. Also, das ist Chapter 1. Oh mein Gott. In meiner Ausdauer sollte sich lieber aufladen. Hier haben wir noch eine Larve. Perfekt. Oh, ich höre irgendwas. Es kommt von hier. Hallo? Okay, ich habe irgendwas gehört. Ich weiß halt nicht, wo ich langgehe. Ich bin ja auch in einem Labyrinth. Also, kein Wunder. Auf jeden Fall sind wir ja nicht alleine. Das wissen wir. Wir haben das Monster ja eigentlich schon gesehen. Was ist eigentlich diese... Ach, das sind meine Fußabdrücke. Das ist ein Scherz. Achso, so sehe ich, wo ich war und wo noch nicht. Okay, das könnte mir helfen. Ich werde drauf auf jeden Fall achten, auf die Fußabdrücke. Ich bin jetzt schon so verhört, ne? Hier haben wir noch eine Larve. Die werde ich... Kann ich hier aufheben? Ja, ich habe zwei Larven jetzt. Ich werde nicht sprinten, bis es nötig ist. Noch eine Larve. Oh mein Gott, ich höre was. Ich glaube, das Monster kommt von rechts hier, oder? Oh! Oh Gott! Okay, ich glaube, wir gehen den richtigen Weg lang. Tun wir doch, oder? Oh mein Gott, ich weiß nicht, von wo das nicht kommt. Das klingt echt crazy. Das klingt so ein bisschen so, als wäre es ein Alien. Also, wir haben vier verdammte Larven. Ist das gut? Alter, wir verlieren Hunger und Durst. Also, wir verlieren es nicht. Wir bekommen es ja her. Wir verlieren den Balken gerade. Oh, ich weiß nicht, ob ich das Monster sehen werde. Allerdings gesagt, das klingt echt crazy. Hallo? Noch eine Larve. Wie viele Larven gibt es denn hier, bitte? Das ist ja crazy. Oh mein Gott, wenn ich nur wüsste, wo es lang geht. Es ist alles dunkel. Warte, ich esse meine Larve und gucke mal, was passiert. Und? Uh, der Hunger geht aber ziemlich weit hoch. Aber warte mal, da habe ich ja Wasser gesehen. Oh, ich höre irgendwas. Ich glaube, bei Wasser kann ich zinken, glaube ich. Hier zum Beispiel. Kann ich? Ich stelle mich auch hier hin. Ja? Ich glaube, ich habe es getrunken, oder? Es ist weg, die Pfütze. Ich habe das Gefühl, das ist echt so ein richtiges Glücksspiel, weil woher soll ich wissen, wo ich lang gehen soll? Okay, das ist alles wieder ruhig. Vorher habe ich das Teil gehört, aber irgendwie nicht mehr. Okay, ich höre ihn die ganze Zeit, ne? Das ist grausam, wie ich einfach die ganze Zeit höre, aber ich ihn nicht sehe. Okay, hier ist... Na, ist das eine Sackgasse? Ja, das sind zwei Sackgassen. Ehrlich gesagt, ich bin echt dankbar irgendwie für meine Fußstritte. Ich brauche aber mehr zu zinken gerade. Ich meine, meine Fußstritte sind blau, vielleicht ist da ja Wasser mit dabei. Ja, Spaß, glaube ich, ja weniger. Okay, ich habe so viele Larven, ne? Das ist crazy. Aber das ganze Problem ist eher beim Durst und schon wieder. Alter, ich kann echt schnell rennen. Was bedeutet, dass das Monster echt schnell sein wird? Oh, hier ist wieder Wasser. Ja, aber... Ah, Wasser, neun. Ah, ich kann... Ich hebe das in der Flasche auf. Das Gute ist, ich glaube, es gibt unendlich Wasser. Da spiele ich mir da zu ruhig. Es ist deutlich zu ruhig gerade. Noch eine Larve. Spawn die die ganze Zeit neu? Ich glaube ja, okay, jetzt war es aber. Ich werde eine Larve mal essen, weil ich habe zu viele davon. Noch eine. Ich werde sie mitnehmen, ist egal. Also, ich denke nicht, wenn man stirbt durch Hunger und Durst, weil, ja, das Ding ist, wir haben genug von allem. Und noch eine Larve. Soll ich die mitnehmen? Kann ich überhaupt? Ja. Okay, Wasser kann ich nicht aufheben, das war's. Ich meine, das ist die erste Ebene und ich finde hier nicht mal den Weg. So, gibt es hier nicht irgendwelche Hinweise oder so? Das wäre episch. Ich habe das Monster auch bis jetzt nicht einmal gesehen. Ja, wieder Sackgasse. Ich sendiere dazu zu sprinten, aber dann, wenn ich keinen Sprint nicht mehr sprinten kann, wenn das Monster kommt, dann kommen die ganzen Probleme. Also, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach uns die ganze Zeit im Kreis drehen. Aber es gibt hier echt viele Sackgassen. Also, theoretisch könnten wir sogar den richtigen Weg lang gehen. Oh, ich höre mal was. Ich höre Schritte. Und das sind nicht meine Schritte. Was? Okay, ich glaube, ich sollte den Geräuschen folgen, oder? Oh mein Gott, die kommen auch von überall. Die kommen von hier. Scheiße. Der Problem. Ich bin tot. Ich lande hier lang. Let's go. Ich lande da lang, wo das Monster herkommt. Let's go, lauf. Lauf, 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 lauf. Let's go. Wo lang? Hier lang? Keine Ahnung. Oh mein Gott, hier ist noch eine Larve. Ich hebe die Scheiß drauf. Okay, ich trinke was. Hier ist die Larve und trinke was. Okay, immerhin haben wir es gesehen jetzt. Oh mein Gott. Okay, lad wieder deine Ausdauer auf. Ich meine, von da kam das Monster, aber ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob ich richtig lang gehe oder nicht. Ich würde sagen, wenn ich dann richtig lang. Irgendwie. Wir sind verwirrt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Leben verloren habe, ehrlich gesagt. Warte mal, geht mein Durst schneller runter? Bin ich, äh, renne? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, ich habe an was gehört. Ich sollte was trinken. Ich habe Durst. Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Ich muss wieder den selben Trick machen. Hallo. Oh, was ist das? Das ist so gruselig. Okay, dann er vom Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, ich habe das Gefühl, hier war ich schon mal. Wenn ich jetzt nicht sprinten kann, bin ich tot. Und ich warte mit euch, wenn ich das Licht ausmache, seht ihr mich trotzdem. Ich habe Wasser gefunden. Let's go. Ey, ich habe das Gefühl, ich lande im Kreis, ne? Okay, ich habe Hunger. Das heißt, es wird wieder Zeit, eine Larve zu essen. Das Gute ist, es gibt wirklich schon eigentlich Larven. Das ist schon mal was Gutes. Ey, das ist die erste Ebene und ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Und schon wieder hier war ich schon mal. Ich war hier hundertprozentig schon mal. Ich kann mich irgendwie an die... an den Ort irgendwie erinnern. Ich weiß auch nicht, wieso. Obwohl ich eigentlich... Hier kann man sich an nichts erinnern, weil man nur Wände sieht, aber irgendwie schon. Okay, was mache ich genau falsch? Wieso finde ich das Ziel nicht? Ich höre wieder genau rechts von mir. Geil, ich bin wieder in der Sackgasse gelandet. Aber das Ding ist, es gibt ja auch keine Hinweise oder so. Das ist das Problem. Also man kann gar nicht wissen, wo man langläuft. Es sei denn, man hat ein fotografisches Gedächtnis, was ich aber nicht habe, als ihr es noch nicht wusstet. Oh, ich habe ziemlich viel Durst und Hunger. Zum Glück habe ich ein unendlich Larven gefühlt. Ich werde jetzt mal Sprinten nutzen ab und zu mal. Ansonsten dauert mir das hier zu lange, ey. Oh Gott, das ist wieder dort. Ich weiß wirklich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich wette, nein. Verdammt, ist ja wieder keine Ausdauer mehr. Also wenn das mein Monster jetzt kommen würde, wäre ich wahrscheinlich tot. Es ist hier. Es ist hier. Hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich glaube, das muss ein Wind weiß sein. Ich lande an ihm vorbei. Ich lande an ihm vor... Oh, scheiße. Okay, schon wieder dasselbe. Wo ist er? Okay, ich lande einfach hier lang. Ich muss dem Spiel jetzt einfach... Ich muss einfach hoffen, dass das Spiel mir wirklich irgendwie Tipps gibt. Okay, es kommt von dort. Wir gehen da lang. Wir gehen da lang, wo es ist. Bitte sag mir, das ist der richtige Weg. Oh, warte, hier ist doch was. Hä? Da glitscht doch irgendwas oder nicht. Oder das ist nur ein Bug. Könnte ein Bug sein? Ja, das ist nur... Oh, hi. Das ist ein anderer Spieler. Würde mich mal interessieren, ob der weiß, wo es lang geht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er weiß, wo es lang geht und ich nicht. Da ist er. Hey, bei diesen Labyrinth-Spielen, ich bin... Ich komme nie weiter hier. Ich dreine einfach immer rum und ich habe keine Ahnung. Ich bin super schlechte Labyrinths, weil das halt was so eine Glückssache ist. Okay, das ist eine sehr lange, gerade Strecke gerade. Hä? Die ist ja voll lang. Entweder ich bilde mir was ein oder das ist der richtige Weg. Das war die längste, gerade Strecke. Ich schwöre. Okay, jetzt aber die Frage, wo lang jetzt? Das könnte nur Einbildung gewesen sein, leider. Oh, hi. Bist du neu oder...? Ja, es sind jetzt zwei neue Spieler, aber das ist auch Sackgasse und Sackgasse. Hier war ich schon. Es war nur Einbildung. Alter, die unterhalten sich so, als würden sie ihre Kinder von der Schule abholen. Bro, wir sind hier gerade am Sterben. Ich wollte es euch nur sagen, okay? Ich habe wirklich kein Bedürfnis, mich mit euch zu unterhalten. Oh, das Ding ist, wenn je mehr Spieler sind, dann essen die meine Larven weg. Das ist ein Problem. Eine folgt mir gerade. Ach, Sackgasse. Okay, der Typ hat selbst gemerkt, dass ich nicht weiß, wo es lang geht und hat dann aufgehört, mir zu folgen. Respektiere ich auf jeden Fall. Ah, das ist kein Bug. Das soll so sein. Also der Boden soll sich so ein bisschen bewegen. Ich schätze mal, das macht es gruseliger. Ich habe ihn wieder gehört. Oh! Ich stand da lang. Ist mir jetzt egal. Oh mein Gott. Wo lang? Hier lang? Bitte sagen wir ja. Oh mein Gott, der folgt mir immer noch. Lauf. Oh, ich renne die falsche Richtung, oder? Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe einfach keine Ausdauer mehr. Ey, ich mag diese Spiele gar nicht, weil entweder man braucht hier wirklich mehrere Tage für, um hier rauszukommen, oder man findet es einen nach fünf Minuten. Eins von beiden. Das ist halt einfach Glück. Das ist das Problem. So, ich kann hier auch keine Robux ausgeben oder so, um schneller voranzukommen. Sonst könnt ihr mir glauben, ich wäre der Erste, der das tut. Fünf Minuten werde ich noch weiter probieren. Wenn ich dann nichts gefunden habe, dann werde ich das Video beenden, weil dann ist es einfach nur lächerlich. So, es gibt sogar mehrere Ebenen. Wenn ich bei der ersten schon Pech habe, könnte es natürlich sein, dass ich bei der zweiten Glück habe, aber jetzt laufe ich einfach nur zurück. Ich meine, meistens gibt es eine Sackgasse. Zum Beispiel, hier ist die Sackgasse. Das weiß ich. Aber manchmal gibt es zwei Wege. Aber ganz selten nur. Zum Beispiel, hier gibt es zwei Wege. Ich gehe erst mal in den ersten rein. Und dann passiert das hier. Warte, war ich hier schon? Hier ist die Sackgasse. Hier war ich schon. Deswegen, ich gehe den anderen Weg mal lang. Also, man kann sich das schon so ein bisschen merken, weil die Sackgassen sind ganz speziell, so dass man sich die merken kann. Oh Gott, da ist es. Ich renne einfach mal hier lang. Wunderbar sein, dass es falsch ist, auch wenn das Monster von hier kommt. Ich will da nicht lang gehen. Obwohl, ich stelle vor, das ist dann die richtige Stelle. Ne, das ist die falsche, glaube ich. Hier gibt es wieder zwei Wege. Oh, ich bin schon wieder in diesem langen Flur. Der ist falsch, aber okay. Ich gebe auf. Ich bin immer wieder an dieselben Stellen wie dieses Spiel, ne? Also, ja, wenn ihr schaut, wie ihr euch davon sehen wollt, lasst es oben da. Abonnier kostenlos, aktiviert die Locker und bis zum nächsten Video. Bye!